so da gibt es einiges einzusammeln gab es hier vorne auch schon mal da genau so jemals eben hingehen so dass mich die beiden stücke noch natürlich das letzte stück geht nicht mehr rein time for a bag war ja ja machen wir doch gleich kärle bist du das um 18 ja was ist los mabel ich drehe gerade durch warum glaube papa hat eine affäre haben wir ihn mit einer frau im telefon reden hören es war nicht mama da bin ich da bin ich sicher macht nicht verrückt mädel war wahrscheinlich nichts ich weiß nicht vielleicht hast du recht vielleicht spinne ich auch sicher ja nicht so erst mal den zu dauer fährt ich möchte eigentlich hier nur noch dieses stück so die tür sieht nicht original aus den schwamm sauber da in der ecke habe ich auch noch nicht geguckt mache ich gleich so der scheint sauber zu sein ja die tür da die ist wohl kaputti kann ich die mal eben kurz komplett einschlagen geht diese nicht kaputt ja okay ist wohl so in ordnung tun wir mal so als wäre hier nie eine tür drin gewesen wo der einzige sinn gerade ach so ich wollte hier nochmal hier ist doch blut rausgekommen waschküchenschlüssel hier haben wir noch mal ein wasser ding aber ja gut da gibt es ja noch ein bisschen was zu tun das habe ich genau noch mal geguckt tyler pitt hey äh äh entspann dich mal vollständiger leitfaden zum fröhlichen nihilisten werden okay oh dann okay 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 was haben wir hier ein impulsiver gamer ja ein gamer wirst du mal beim gähnen geblieben obwohl ja vielleicht bist du das ja auch entschuldigung nochmal entschuldigung geht jetzt sieht auch schon nicht mehr so schön aus wo war hier der andere wasseranschluss ja wo war wasser 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 nehmen wir das so ne da gehen wir spät rein ich muss erst den wo war denn der batter erst mal den hier verärzten und dann gucken wir weiter teppich teppich okay schnappen wir uns den erst mal schnappich schnappich Vielleicht sollte ich dann auch schon mal die Müll-Säcke wegpacken, sonst sammelt sich da zu viel an da oben, werde ich aber vielleicht auch noch ein bisschen Müll finden. Nun komm. Dass sie sich immer so zieren müssen. Achso. Kann ich nicht zweimal Müll auf einmal tragen? Okay, so geht's nicht. Okay. Okay. So, einer noch. Oh. 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 geringe so schon mal seit ich was haben wir jetzt hier noch einen körper noch entsorgen schnelle möbel da auch drei stück das ist erdgeschoss also hier da haben wir auch so die erledigt es fehlt noch ein möbel stück noch mal kurz hier rum gucken aber da unten ist ja nichts mehr wieso zeigen hatte ich nicht zugemacht gehen hier türen von alleine wieder auf da ist nichts mehr ok und da fehlt hier fehlt noch ein fessel ok wo kann der sein hier draußen da sieht okay aus das ist auch ok ich weiß ja nie was draußen so rum steht die wegen ihr man stuhl im pool war stuhl im pool ist so schön gesagt was denn das hier oh kann ich den nicht mir mal das geld ist das nee das ist aber kein solcher stuhl ne warum warum ist hier klopapier muss ich das verstehen kann ich den schon ich könnte ihn mitnehmen aber frage liebe warum und den kann ich nichts machen ne ok eben gucken ob hier noch ein ich sehe hier keinen sessel und ich weiß nicht ob der da draußen da muss ich mal gucken ob der nee nee das war nicht so einer ist der oben das ist auch nicht so einer verdammt ja vielleicht ist er hier wirklich oben da fehlt vielleicht auch einer was denn hier oben noch 20 möbel noch an ihrem platz stellen ja ok da habe ich ja noch gar nichts in der richtung gemacht da war es wie war ok der stuhl sieht nicht gut aus ob den sollte ich erst ein bisschen sauber machen bevor wir den dann stellen ok sieht schon besser aus kann ich das hier kärchern ich glaube das könnte ich machen machen wo hab ich den mein da ist noch drin das nutzen wir mal noch ich bin 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 Jetzt ist er leer, ne? Blöder Moment. So, das sieht doch eigentlich sauber aus. Ja, das Tuch ist auch sauber. So, das können wir wohl alles hier wegschmeißen, oder? Das ist ja nicht so schön, wenn das hier liegt. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, wenn wir uns dahinten. Pizza, Pizza, Pizza. Ja, das ist ja klar. Game on, ne? Gamer und Musiker. Guck mal mir bekannt vor. Erste Eindrücke von RetroJunk 1777. Gegenteil von Cyberpunk. Wahrscheinlich. Alles Simulator, ein Sim, um sie alle zu beherrschen. Kein Crunch und ewiges Glück. Interview mit dem CEO von Exploit Soft. Zu lange spielen, kann ich buchstäblich umbringen. Ja, haben wir gesehen. Das ist gut sauber. Und wenn ja, wo ist er hinter? Okay, Schublade, da geht nicht auf. Schlafzeug spielen. Da ist nichts mehr. Wir können das wohl mal versuchen, hier aufzustellen. Ähm, okay. Rocker. Die Teile, die... Weiß ich nicht, lasse ich liegen, oder? So, haben wir noch eins. Was auch mit dem Eimer? Okay. So, das steht schon wieder ganz gut. Das ist eine interessante Physik. Die gehen nicht auf. Vorsicht mit dem Eimer. Da hinten sind noch ein paar kleine Fleckchen. Sieht jetzt eigentlich ziemlich gut aus hier. Ist der Raum damit clean? Ja, für den Raum selber sehe ich ja keine eigene Statistik gerade. Warte mal. Habe ich jetzt hier hinten schon geguckt? Hier wollte ich dann nochmal schauen. Hier ist aber nichts für mich war. Nee, gar nichts. So, dann haben wir jetzt noch einen Raum, der ein bisschen wüst aussieht. Der hier. Warte, war da gar nicht neu aus mir, ne? Doch. Noch mal ein letzter prüfender Blick. Sieht's gut aus. So, der ist leer. So, Moment mal, ich muss mal kurz etwas... Wir sind gleich wieder vollständig da. Bis's mal was. Bis zum nächsten Mal. ok so ja ich hatte gerade ein bisschen ein sound problem das musste ich mal kurz zu lösen ich hoffe das jahr sollte jetzt bitte ok sein aber auch ein bisschen kirchern hier schrank sieht eigentlich was gut aus oder kann man die da ist noch ein bisschen was das ist auch irgendwie nicht so warum das nicht weg geht da unten können wir noch ein klein wenig nach besser so und dann müssten wir mal das war es schon wieder und wo ging da gegen die treppe unter stuhl steht noch ja diesmal bringe ich ihn direkt weg jetzt muss ich nachher wieder so viel hintereinander laufen zu dann können wir weiter Müll einsammeln das ding ist kein Müll das ist aber eine Menge Müll ok lassen wir uns wieder ein bisschen kirchern also mit dem Teil hier sieht eigentlich ganz sauber aus da können wir gleich mal gucken ähm an seinem Ort stellen ja ok ok schlul ich tue dir nix ok der ist wohl leer das geht schon gut und der passt der drauf da ok was ist mit dir die können wir auch schon richtig stellen das muss wohl so also jetzt mal eben den Stuhl säubern das kann auch mal weg das Bett sieht auch nicht ganz so super aus aber ne da ist gar kein Blut sagen wir es mal mit zu Hause ähm gut warte den Stuhl können wir doch irgendwo hinstellen oder vielleicht haben wir den Platz dann noch nicht so richtig frei ich glaube ja wir sammeln erst noch ein bisschen Müll das geht natürlich nicht mehr das heißt wir bringen erstmal wieder Müll weg ja dann sind wir jetzt in den letzten Zügen hier in diesem Haus so wie ich das sehe einen Körper müssen wir noch entsorgen hab den jetzt noch gar nicht gesehen aber ich hab da auch nicht so genau drauf geachtet aber der wird ja wohl in diesem Raum sein an dem wir gerade dran sind ach da hinten hängt er über die Brust hängt er wieder lässig ab hier so da komm ich jetzt grad noch nicht so dran was mit der Lampe ach so da müssen wir aber mal gucken ne ne ich stell die nicht hier drauf sonst sieht das so aus als gehört die da hin und dann achte ich da nicht mehr drauf das sollte ich nicht tun dann kann ich die kommen ja ok ah ne warte da nehmen wir wieder einen Schwamm blöden 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 das ist so ein teppich oder so richtig schnell geht das auch nicht aber vielleicht sollte ich mal den schwamm irgendwann verbessern so 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 Dann haben wir, was haben wir hier, eine Kassette und das können wir auch gebrauchen. So, kann ich die Dampe schon mal aufstellen? Kann ich. Da müsste ich noch mal ein bisschen... Na, geht eigentlich ähnlich schnell wie mit einem Schwamm. Auf dem normalen Boden dann ja sowieso. So, was ist das hier eigentlich? Kann ich das mal irgendwo hinlegen? So, das ist auch in Ordnung. Das kann rein. Auch. So. So. I need to be careful so she doesn't fall. Fuck. Ja. Du sagst es. Verdammt. Wird gehen kärchern hier. Wo wollen wir neues Wasser? Da hinten. Ach, da muss ich auch noch. Wo war denn? Wo war denn? Wo war denn? Da. Ne, das mache ich gleich. So. Oh Gottchen. Ja, da müssen wir das auch noch nachher in Ordnung bringen. So, ansonsten ist hier ja nichts. Sollte soweit klar sein. So. 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 So.